Servus Leute, ich will euch heute zeigen, wie man sich in den absoluten Beast-Modus versetzt, indem man sich einfach nur selbst motiviert und denkt, man hat den übelst fetten Klöten, wo man fast so einen Controller schon stapeln kann. Und zwar geht es heute darum, dass man nach Ablauf der Zeit sich so motiviert, sich so in den Rage-Beast-Modus redet, dass man einfach nur alles basht und alles zerstört. Das ist total einfach, Waffe ist egal, Map ist egal. Ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal demonstrieren. Man muss das auch nicht mehrmals aufnehmen, das geht beim ersten Mal. Ihr müsst einfach nur euch motivieren. Ihr müsst sagen, ihr seid besser als jeder MSG Legit Pro und schon läuft die ganze Sache. Es ist so überhaupt kein Problem, eure Abschussserien zu erreichen. Nur der Laberflash nebenbei stört immer. So, da kommt schon der Erste. Aber Leute, es ist überhaupt kein Problem, ein- oder zweimal zu sterben, denn der richtige Beast-Modus geht erst nach einer kurzen Zeit los. Zack, der Erste ist jetzt endlich besiegt. Der hat natürlich auch die MP7 mit Reflex, aber das tut nichts zur Sache. Und jetzt geht es richtig los. Jetzt wird es so gebasht, Alter. Wir werden jetzt so rapen. Das wird endkrass, endkrasser Shit-Rape, Alter. Wir wechseln nochmal hier in die Waffe. Bam. Und killen natürlich nichts, weil wir einfach nur viel zu scheiße sind für diese Welt. Alter, darf ich mal was killen, Leute? So ist das natürlich uncool mit meinem Beast-Mode, Alter. Hier, während der hier einfach nur mal so kämmt, tun wir hier die scheiß PDW aufheben. Zack, kurz nachgeladen. Bam. Bam in your face, Leute. Zack, da ist der nächste Gegner. Zack, wir befinden uns jetzt aktuell im Beast-Modus. Wir befinden uns im Beast-Modus, Leute. Das ist überhaupt jetzt kein Problem, die Gegner zu rapen. Überhaupt kein Ding. Da kommt der nächste Gegner. Vielleicht nicht. Okay. Überhaupt kein Problem. Könnten die mal aufhören, hier zwischen rein zu reden. Leute, ich bin im Beast-Modus. Ihr könnt mich jetzt hier, nee, einfach so stören. Position halten, okay. Einmal nachladen. Überhaupt kein Problem. Wir verlieren Bravo. Finden den Bob, aber nee. Müssen einfach mal random hier hinschießen. Haben den natürlich getroffen. Alter, ihr stört mich gerade. Konterthrone in Bereitschaft. Jetzt wird richtig gebeastet. Zack, der nächste Tod. Wir sind immer noch im Beast-Modus, Leute. Nicht vergessen. Beast-Mode, Beast-Mode. Immer im Beast-Mode. Wir wechseln die Waffe. Hurensohn, Alter. Nix, okay. Wieder Waffe wechseln. Zack. Bam. In your face. Und der killt uns natürlich, aber macht nichts. Denn wir können, wie gesagt, bis zu dreimal sterben. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann geht der richtige Beast-Mode erst los. Also, Leute. Wieder voll motiviert an die ganze Sache ran. Da einfach mal eine Nähte nach hinten geworfen. Zack. Haftgranate geworfen. Dieser Penner hier kämmt sich auch im übelsten Ast ab. Bam. Zack. Haben wir den letzten Kill. Der Feind hat B eingenommen. Warum? Warum kämmt er hier mit der Shotgun und kriegt es trotzdem nicht hin? Hurensohn, Alter. So. Zack. Kurz nachgeladen. Wir verlieren A. Aber uns ist das total egal. Wir stellen es hier raus. Überhaupt kein Problem. Leute. Da. Bam. Kämmt sich wieder Ena seinen hässlichen Penis ab. So. Wir verlieren Alpha. Überhaupt kein Problem. Wir checken hier nochmal ganz kurz. C wird gesichert. Und der Seammate hilft uns dabei. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich jemand an den Start. Konter Drohne rein. Zack. In your face, Junge. Überhaupt kein Problem. Jetzt hier weiter außen lang und abgecheckt, wo die Gegner sind. Da ist Ena. Bam. Haben wir natürlich gekillt mit einem übelsten Easy Move. Und Leute, ihr merkt es. Wir sind im Beast Mode. Wir sind im krassen Raper Modus. Wir laden kurz nach. Killen hier den nächsten. Checken ab. Gucken links. Ist nichts. Gucken rechts. Bam. Werden fast gekillt. Aber das ist egal. So. Unser Teammate hat uns jetzt ganz easy mal geholfen. Und wir haben als erstes den Orbital Satellit. Nehmen einfach mal A mit ein. Haben natürlich auch unseren Orbital Satellit locker erreicht. Will der Hurensohn hier rein? Ne, will er, ne. Wir verlieren hier einfach mal so Charlie. Und der Warpog oder whatever dieses Ding auch heißt, ist am Start. So. Jetzt ist es ganz easy, Leute. Wie gesagt, Beast Modus ist drin. Raper Modus ist drin. Stelz Modus ist drin. Bam. Da ist der nächste Gegner. Und der wird natürlich nicht gefickt. Ich hoffe, mein Teammate kriegt den. Zack. Einfach mal pre-fired. Und natürlich absolut versagt. Aber, Leute, egal. Jetzt haben wir drei Deaths. Und jetzt geht der Beast Modus los, Leute. Jetzt geht's los. Beast Modus. Super Beast Hero Modus. Wir nehmen unseren Orbital Satelliten mit rein. Checken hier kurz. Gegner kommt. Bam. In your face. Hunde auch am Start. Einfach nur am Upraten. Die Gegner versuchen uns hier zu bashen. Aber uns ist das total wehen. Jetzt rennen wir hier einmal mit zu C lang. Zack. Da ist der nächste Gegner. Und der stirbt einfach mal. Zack. C wird gesichert. C einfach am Start. Und jetzt verteidigen, Leute. Es heißt verteidigen. Wir müssen C einfach verteidigen. Überhaupt kein Problem. Konterthrone am Start. Bam. In your face. Position halten. Hier die Hunde. Rapen natürlich alles. Helfen uns ein bisschen. Bam. Erster Kill. Nächster Kill. Missionszeit fast um. Fast ist unsere Missionszeit um, Alter. Da. Schneider am Start. Andere Typen am Start. Wir haben den nächsten Orbital Satelliten am Start. Wir sind immer noch im Beast Modus, Alter. Wir sind so gut. Wir sind super. Wir sind die Owner. Wir sind die Heroes. Wir sind Deutschland. Wir sind MLG Legit, Leute. Wer, nee, wenn wir, ist MLG, Leute. Wer von uns ist nicht MLG? So. Wir haben es geschafft, Leute. Habt ihr gesehen, wie der Beast Modus funktioniert? Ich hoffe, ich konnte euch gut erklären. Wir haben jetzt natürlich auch noch Orbital Satellit und alles am Start. Überhaupt kein Problem. Und vergesst nicht, möglichst viel reden. Möglichst viel reden. Immer mal auf euren dicken Hoden gucken, damit ihr wieder motiviert und gepusht werdet. Und Halbzeit, die Gegner haben. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Wir nehmen jetzt einfach mal C ein und biisten einfach weiter. Überhaupt kein Problem. Zack. Hier. C wird gesichert. Orbital Satellit reinknüppeln. Bam. Verbündeter Orbital Satellit ist jetzt mal einfach so online. Einfach so. Überhaupt kein Problem. Hier. Die Nate wird geworfen. Der Typ wird einfach mal gekillt. Und der Warthog ist am Start. Leider haben wir jetzt ein bisschen Scheiße gegeben. Aber ist egal. Zack. Der Nächste ist tot. Und läuft. Läuft, Leute. Läuft. Es läuft. Zack. Einfach mal gebashed. Warthog am Start, Leute. Der Warthog am Start. So. Jetzt sind wir so im Rage-Modus, Alter. Im Beast-Modus. Dass wir hier ohne Probleme einfach mal hier C einnehmen können. Überhaupt kein Problem. Bam. Einfach mal C eingenommen. Ganz easy, Leute. Ganz easy. Überhaupt kein Problem. Bald haben wir die Kontotrone auch wieder am Start. Wir sind wieder im Beast-Modus, Alter. Wir sind so am Rapen. Gucken mal, ob wir hier die AN einfach mitnehmen. Und da wir so am Rapen sind, nehmen wir natürlich auch noch A ein. Überhaupt kein Ding. Hier ist so ein hässlicher Ziel-Modus, Alter. So. Konter-Drohne am Start, Leute. Konter-Drohne am Start. Ihr dürft nie das Reden vergessen. Ihr müsst bashen. Ich weiß. Leute, das ist nervig. Aber nur so funktioniert der Beast-Modus. Nur so wird das was. Man kann nicht einfach nur so spielen, Alter. Man muss einfach den Beast-Modus starten und reden. Man muss ohnen. Man muss alles machen, Leute. Alles. So. Jetzt. Ganz kurz abgecheckt hier. Links, rechts, angetäuscht. Einfach mal den Gegner wieder weggenommen. Zack. Einfach mal gebashed. Wir täuschen hier rechts an. Da ist irgend so ein Sniper, der kann uns aber mal übelst am Ass licken. So. Jetzt. Hier. Kurz. Zack. Hier. Einfach mal geguckt. Bam. Nächster Gegner. Tot. Und jetzt die Position natürlich nicht behalten. Nicht behalten. Wir verlieren A. Was macht der? Der ist einfach mal rausgequittet. Alter, der ist rausgequittet. Leute. Und zack. Den Typen, der jetzt A holt. Zack. Bam. Wir haben A verloren. Egal. Wir haben gleich unseren Orbital-Satellit wieder am Start. Wir checken jetzt hier kurz an, wo die Gegner sind. Links ist keiner. Rechts ist keiner. Oben ist keiner. Unten ist keiner. Deine Mutter ist keiner. Zack. Der Typ. Kämmt der hier? Nee. Wo? Jetzt. Orbital-Satellit wieder online. Hier ist irgendwo so ein Random-Bob. Alter, wo ist der hin? Da unten sind die Gegner. Bam, 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 bam. Wieder Assi Toni. Orbital-Satellit erwartet Befehle. Leute. Noch ein Kill. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Raper-Biest-Mode am Start. Zack. Hier. Einfach mal. WarTalk wieder am Start. Leute, wir haben fast gewonnen. Wir sind immer noch im Biest-Mode. Wir bashen, wir bashen, wir bashen. Alter Lan, wir bashen. Und Lan, müsst ihr natürlich immer sagen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Verbündete Drohne. Was geht hier? Hier. Nächster Gegner. Bam. Einfach geraped. Überhaupt kein Problem. Wir machen noch unseren Orbi rein. Bam. Orbital-Satellit ist online. Alter. Lan. Hier. Komm. Komm am Start, Junge. Komm am... Nein. Nein. Und wir sterben einfach nur. Wir sterben. Leute. Ich glaube, der Biest-Mode ist zu Ende, Leute. Der Biest-Mode ist zu Ende. So schnell kann es gehen. Warum ist der Biest-Mode zu Ende, Alter? So. Der Typ ist der... Ja. Wir nehmen A ein. Vielleicht können wir nochmal einen kurzen Biest-Mode starten. Das ist überhaupt kein Problem. Der Penner sitzt immer noch in seinem Ding da unten. Zack. Abchecken wieder. Links, rechts. Nix. Alles klar. Wir verlieren Charlie. Dann versuchen wir doch mal, den Charlie-Einnehmer wegzubiesten. Bam. Er ist erledigt. Einfach mal so geraped. Charlie verlieren wir. Was machen wir jetzt? Leute, wir springen jetzt hier runter und versuchen einfach mal, Charlie zu verteidigen. Das Game ist zu Ende. Ich kann nicht mehr reden. Ich hoffe, ihr wisst, wie das funktioniert mit dem Biest-Modus. Wir haben 44-4, haben geraped. Die Gegner sind geraged quittet. Sie wussten schon, dass es so enden wird. Und Leute, ich bin raus. Und viel Spaß mit diesem nervigen, krassen, dummen Commentary von mir. Tschaußen. Abonnieren nicht vergessen. Uh-höh.